All righty, gehen wir mal ein bisschen schießen. Okay, nice. Okay, Kameras sind an. Ich hätte übrigens einen Bananenmilchshake. Also, da war Bananen drin, ein bisschen Vanille. Das war sehr, sehr lecker. Das ist mein Frühstück. Quasi. Gerade auf, naja, sagen wir es mal, nennen wir es mal Diät. Nennen wir es mal Diät. So nennen wir das einfach. Aber, konzentrieren wir uns mal ein bisschen auf das Spiel. Schauen wir mal, dass wir hier was Gutes fabrizieren. LoL. Fuck, wieso hast du reportet? Alter, hab ich mich erschrocken. Alter. Moment, das wird ja irgendwie so farb. Das wird super interessant. Das wird jetzt interesting. Ich hab da die Spritzen sehen. Ich hab Gacy steht mit mir gerade in dem, wo stehen wir gerade? Admin. Admin. Ich glaube, das sollte ein Doppelkill werden. Ja, aber so viele waren Electric gar nicht mehr drin. Oben standen vier Leute. Ich glaub, das sollte auch ein Doppelkill werden. Und ich war da. Kalle war da? Ich war auch da. Ja, ich war da. Nein, nein, nein. Als der Kill war, war ich schon lange nicht mehr da. Ich kann ja nur sagen, was ich gesehen habe, bevor. Ja, ja. Also, mir geht's jetzt darum, als der Kill hat. Dardoch und Jay standen doch da oben. Wer stand mit mir ganz rechts? Dardoch war da. Keine Ahnung. Also, ich hab nur Blutspritzen sehen, dachte mir so, alles gleich gleich drauf. Ich will jetzt nicht voll reinenden, aber ich glaube, die Animation noch gesehen zu haben, links in meinem Fenster von der Aufgabe, und ich glaube, es war hellblau, der Kalle gekillt hat. Ja. Das waren, warte mal, ganz kurz. Ich glaub, das waren Jay, Dardoch, Kalle und ich. Ich bin nach ganz links über dem Wendt die Aufgabe machen, bin damit aus dem Rad, aus dem Killradius gelaufen. Und Jay und Dardoch stehen. Kabel. Aber da sind ja fünf Leute, wieso macht man dann... Ja, mein... Ich glaub, vier oder nicht? War das gefettfingert vielleicht? Nee, das sollte ein Doublekill werden, glaube ich. War noch oben, waren nur vier, glaube ich. Ihr wart's auch. Doublekill macht doch auch keinen Sinn. Aber bei ganz vielen Leuten in einem Raum, das ist doch nicht... Da sind schon ein paar rausgelaufen. Okay, ganz oben, oben war Sven, ich, Kalle, Dardoch und ich. Ja, ich, Ray, war nicht da. Das war auch da. SR5. Ray und Ray. Ja gut, dann bleiben zwei Leute ein, sagen, dass da nur eine Leiche ist. Ich hab noch... Das ist mein erster Stackkill, den ich gesehen hab. Wie funktionieren die denn? Kann ich noch kurz ne wichtige Frage stellen? Ja, schnell, Dizzy. Wer von euch hat kein Klopapier zu Hause? Also ich meine, hellblau gesehen zu haben, aber ich kann auch reinenden, tut mir leid. Nee, hellblau und dunkelblau. Ich bin aus dem Killradius gelaufen. Das ist ja alle, die halt dann drin sind. Cool, ich hab mich nur erschrocken, wo du jetzt... Hä? Aus welchem Grund? Du hast also kein Klopapier zu Hause? Nein, das ist einfach ein Überzeuger. Wie ihn halt keiner verstanden hat mit dem Klopapier. Oh Mann. Oh Mann. Habt ihr den wenigstens verstanden? Okay. Okay, egal. Ja? Okay. Das war es halt mal wieder so weit. Niemand hat den Klopapierwitz verstanden. Gut. Also um das kurz mal aufzuklären. Karl hat Klopapier auf dem Korb. Und, äh, ich hab halt deswegen gefragt, ob jemand... Okay, dann willst du erklären, das ist Scheiße. Na gut. Na gut. Okay, ganz kurz. What up? Alter, alter, alter. Ja gut, dadurch wurde halt gewodet. Warte, 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 warte. Zero und Maxi, die waren gerade noch... Genau, genau, genau. Was ich jetzt gerne sagen wollte, ist, dadurch, dass dadurch gewodet wurde und, äh, Sven hatte dadurch gesagt, er hat gesagt, es ist hellblau und irgendeiner ist mit drauf eingegangen. Nee, nee, ich hab das zuerst gesagt, da ist Sven auf mich eingegangen. Ja, ganz kurz. Dann ist dadurch aber falsch, dann hab ich wirklich eine falsche Frage gesehen. Ach, ja, das wissen wir auch, dass dadurch falsch ist. Also jetzt kommt mal, jetzt, äh, Zero und Maxi waren eben gerade in Admin drinne und Chris und ich waren auch da, ich bin rausgelaufen, hab Fuel gemacht und, äh, hab dann nichts mehr gesehen, aber sie waren in Admin drin. Ich hab Dizzy, ich hab Dizzy in Fuel gesehen, ich hab Chris unten rechts für Müll machen gesehen, ich hab selber den Müll gemacht und links. Ich war erst in Admin, dann bin ich drüber gelaufen und hab das Licht angemacht. Leute, ignoriert jetzt die Runde. Wer war in der letzten Runde nicht Elektrik? Also Chris, mit wem standest du Admin? Mir. In der letzten Runde. In der letzten Runde mit Dizzy. Und weiß einer, wo Ray war? Ja, ich hab doch gesagt, oben rechts in Elektrik auch, bei diesen Runden 1, 2, 3. Okay, also Ray, Mike oder Jay, zwei von den drei. Also für mich ist es, aber ganz ehrlich, Dado kann jemand, ne, mach mal ganz kurz, Jay oder Mike, ihr wart ja auch Elektrik, ne? Ja, ich kann aber die Kills jetzt nicht gemacht haben, weil ich mit Chris war. Ich konnte die Kills, mach dann jetzt. Moment, Moment, Moment. Hat jemand von euch gesehen, wie Dado angeblich wirklich da raus ist? Als ich rein bin in die Aufgabe, ja, aber als ich rein bin in Elektrik und die Aufgabe angefangen, warst du noch drin. Du sagst, du warst zwar jetzt draußen, das kann auch sein, aber... Kann ja nicht einfach sein, dass Dadoch irgendwie gerade auch der Richtige war und Dadoch war irgendwie versucht jetzt zu streuen, weil ich hab definitiv nichts zu tun. Geht ja nicht, geht ja, Moment, das geht ja nicht. Was ist denn jetzt hier für ein Forsten? Das geht doch nicht, Zero und Maxi waren gerade zusammen. Das heißt, du hast alleine durch den Timer konntest du die nicht so schnell killen. Ich kann leider nicht reden. Ich hab so eine Verbutung, das reibt sich auf A. Ich wollte gesagt haben, dass Dadoch auch die Leichten verschwinden lassen möchte mit dem Call-Up, und gehört keiner zu. Ich hab so eine Verbutung, Alter. Was ist denn der Junge, Alter? Was ist denn der Junge? Was ist denn der Junge, Alter? Was ist denn der Junge? Heee, warte mal kurz. Nein. Fuck. Why? Hä? Wie geil. Nice. Lass mich doch mal dein Licht anmachen. Was ist denn da los? Ich möchte ganz kurz mal nur eine Frage an dich stellen, Ray. Warum hast du eigentlich jetzt schon das zwei- oder dreimal so ein bisschen rumgestammelt beim Erklären? Wie rumgestammelt? Na, rumgestammelt. Boah, Dizzy, machst du jetzt wieder den dritten Imposter oder was? Wow, 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 Entschuldigung, ich stelle dir einfach nur eine Frage. Ja, okay, aber wo habe ich jetzt rumgestammelt? Du hast vorhin gesagt, ich habe in der ersten Runde mit Mike gesagt, dass ich rechts stand. Oder Mike hat gefragt, wie er rechts stand. Und ich habe gesagt, ich war das, habe ich nie einen geheimen Punkt gemacht, weil ich da stand, habe die 1-2-3-Aufgabe gemacht. Jetzt habe ich wieder gefragt, ich habe es wieder gesagt. Können wir ganz gut in den Betracht ziehen? Können wir ganz gut in den Betracht ziehen, dass Dalu Card vielleicht die Leichen verschwinden lassen wollte eben gerade. So, okay, jetzt pass auf, wie soll ich die Leichen verschwinden lassen haben? Es war Licht aus, es gab ein Double-Kill, ich habe den Button gedrückt. Von Electric bis zum Button hätte ich viel länger gebraucht. Ich stand am Button, als das Licht anging. Entschuldigung, warte, ich muss kurz meine Excel-Tavelle aufmachen. Ja, das weiß ich nicht, Dalu, aber es kann ja sein, dass du niemanden kittest. Wie, das weiß ich nicht, du hast gesehen, Licht ist eher durch der Report gedrückt. Besonnen halt. Ja, nee, aber du kannst ja vor jemanden töten und dann den Report drücken. Ja, aber du hättest aber eben jemanden töten können und dann zum Licht laufen können. Ja, das meine ich ja, du killst jemanden, drückst den Button, um die Leiche verschwinden zu lassen. Aber dann muss doch noch mehr Licht anmachen. Du hast doch Licht angemacht gerade. Eben war ich mit Mike da und ich weiß mittlerweile gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Also Licht, halt, 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 Licht habe ich gerade ausgewandt. Nein, da vor dem Runde davor. Achso. So, pass auf, ihr habt Dardos geboten und danach kam ein Double-Kill. Ich habe nicht mit auf Dardos geschossen, Mike. Du hast direkt gesagt, oh, das ist richtig. Ich meine, hellblau gesehen zu haben und ich habe mich vertan. Das ist richtig. Das macht dich aber doch wohl wesentlich. Ich wäre doch als Imposter hätte ich doch gesagt, ja, ja, ich glaube, es war Dardos. Ja, stimmt, aber ich hätte eben gerade nicht killen können, weil ich erst Dizzy bei dem Benzin gesehen habe und dann Chris unten beim Müll und mit Chris zum Electrical gelaufen bin und da Standards angehen. Ich hätte keinen Double-Kill machen können. Vielleicht war es auch kein Double-Kill. Können doch zwei Instant-Kills nehmen. Nein, die waren zwei Instant-Tode. Das war safe. Das war halt zu naheinander. Und woher wisst ihr, wo die Leichen lagen? Ich weiß nicht, wo die Leichen lagen, aber Chris ist es nicht und Dizzy ist es auch nicht. Keiner weiß, wo die Leichen... Boah, warum bin ich jetzt nicht gewartet? Ist das Raleigh oder Mike? Ich bin's nicht. Ich habe doch den Trey rausgeschmissen. Irgendeiner hat doch einen gekillt. Äh, what? Okay, also der Impostor hat auf jeden Fall mit auf Ray noch gebotet. Also entweder hat Ray sich selber gebotet, was ich nicht glaube, aber der Impostor... Äh... Der Impostor ist es auf jeden Fall... Also der Impostor hat auf jeden Fall auf Ray mit noch gedrückt, würde ich sagen. Okay. Ray... Das ist Ray, oder? Jawoll, da ist der Ray und läuft über die Leiche rüber. Tada! Wer ist tot? Wer ist tot? Weiß ich nicht. Der ist gerade noch mit mir gelaufen, der ist eingesperrt gewesen mit mir und ist unten links... Müsste der Tod sein, oder? Okay, pass auf, ich frage euch, wo ihr alle wart. Mike unten rechts, Communication, macht Upload oder Download. Chris habe ich in Elektrik gesehen, mittlere Task. Ich bin weiter nach links gelaufen, Ray kommt aus dem Kameraraum, tritt noch die Leiche mit seinem linken Fuß weg, rennt nach oben weg, ich hab reportet. Let's go! Ich war Edmund. Dalu kam, warte mal, wo bin ich denn gerade? Ich bin gerade echt von... Ich möchte Ray mal die Möglichkeit geben, sich verteidigen zu können. Ja, warum Dalu genau nicht zu kommen? Ich bin jetzt gerade echt am überlegen... Soll ich jetzt auch mal wie Jay rumbrüllen, oder soll ich's lassen? Worte dich selbst. Hey, jetzt nimmt Jay nicht seinen Part weg, ja, den wird er gleich haben, weil wir den rauskriegen. Also, Ray, bist du's, oder willst du dich noch verteidigen? Ja, das habe ich noch nicht entschieden. Hey, sag mal, ich bin Crewmate. Ich bin Imposter. Okay. Ja, dann sorry, Dalu, dass ich verdächtig habe, aber dass zwei Leichen... Ja, also es ist halt Dalu, es ist halt Selbstreporter, aber... Ist zu spät jetzt. Ja, wer hört ja sowieso auf Dalu immer, also von dem her... Ich habe Jay rausgeschmissen und die Runde ist nicht zu Ende, damit war Jay's... Ey, das stimmt. Das stimmt. Wer sagt denn, dass Jay es war? Weil die Runde nicht zu Ende ist. Wir sind vier Leute und es läuft noch. Boah, ich muss mich so fett... Das heißt, Jay muss Imposter sein. Ich muss mich so fett bei Dardoch entschuldigen. Ich vielleicht... Keine Ahnung, was ich gesehen habe. Warte mal, wer hat denn jetzt hier... Wie Mike und Dalu haben Ray gewotet, richtig? Ich habe Dalu gewotet, natürlich. Ich kann es nicht sein. Warum kannst du es nicht sein? Weil ich Jay habe rauschmeißen lassen. Du sagst selber immer, wer reported, kann auch killen. Aber ich habe doch Jay rausschmeißen lassen. Ja. Und die Runde ist nicht zu Ende. Das macht... Aber wenn Dardoch... Das gibt doch gar keinen Sinn. Nein, Dardoch kann sie gewesen sein, wenn danach ein Double Kill passiert ist. Achso, jetzt geht es auch immer. Zwei Kills und einer runde... Jay, warum hast du die scheiß Tür zumacht? Ich nehme das auf meine Kappe ganz klar mit den Türen. Ich hatte gehofft, dass du vielleicht nicht... Easy! Warte, was? ...diese killst, damit du Dizzy auf deine Seite ziehen kannst. Ja, das habe ich auch erst überlegt. Aber ich... Und dann hast du ihn genau gekillt, als ich gerade diese Sabotage-Karte drüber habe. Dann habe ich das nicht gesehen. Genau da kam der Alu von uns. Ja, ist egal. Ja! 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 Ja!